LCW Superstars Und wir fangen einfach mal direkt mit dem ersten Match an Tyson Kidd geht 1 gegen 1 mit Christian in den Ring Das Match hatten wir schon mal Heute ist Cesaro dabei, der unterstützt Kidd Und das ist quasi die Vorbereitung für SmackDown Denn ihr wisst, Edge wird zurückkehren Edge wird bei SmackDown zurückkehren Und zusammen mit Christian ein, ich sag mal, doppeltes Qualifikationsmatch Für Money in the Bank bestreiten Da werden wir heute im Main Event unserer Show auch noch ein Match haben Nämlich eine 6-Mann-Battle-Royale Ich werde euch noch nicht verraten, welche 6 Superstars da drin sind Zweite Match kann ich euch auch zeigen Das ist dieses Match Zinkara gegen Bad News Barrett Bei Raw ist es ja tatsächlich passiert Sami Zayn ist zum zweiten Mal Intercontinental Champion geworden Hat John Cena besiegt Bad News Barrett hat sich wieder klar auf die Seite von Zayn gestellt Also wir sagen mal auf die Seite, die gegen Cena halt ist Und dann hat Zinkara sich in den Kommentaren gemeldet Auf den Kommentar von Bad News Barrett Bad News Barrett hat Cena nämlich da wieder hart attackiert Und Zinkara hat gesagt Warum nicht 3 gegen 3 Cena Und die Lucha Dragons gegen Bad News Barrett Und 2 Partner seiner Wahl Das wird interessant sein Dieses Match werden wir bei Raw sehen Das 6-Mann-Tag-Team-Match Aber heute haben wir schon mal dieses Vorgeplänkel hier Zinkara gegen Bad News Barrett Wir fangen aber an mit Christian gegen Tyson Kidd Wer gewinnt und kann sich quasi den Vorteil sichern für Smackdown Es ist Tyson Kidd Natürlich Cesaro war am Ring Christian alleine Edge wird ja erst bei Smackdown dabei sein Also wird das ganz interessant werden Das wird übrigens kein Leitermatch bei Smackdown Das wäre einfach zu krank Und wir starten jetzt mit Match Nummer 1 Mit Zinkara gegen Bad News Barrett Ja ist aber auch was anderes Zinkara mal in einem Einzelmatch und gegen Bad News Barrett Das finde ich sind auch Matches Die es mal geben muss Und Bad News Barrett klar Der ist momentan eindeutig auf dieser Schiene Dass er unbedingt will Dass Cena Ja vom Thron gestoßen wird Bei der LCW Ganz oben sitzt er ja momentan sowieso nicht Denn wir haben ja noch Dean Ambrose An der Spitze von Raw Und Ambrose Falls ihr es noch nicht gesehen habt Der hat geschrieben Er wird im Money in the Bank Match sein Also das Money in the Bank Leiter Match Hat jetzt langsam schon richtig Formen angenommen Wir haben Seth Rollins drin Chris Jericho drin Sami Zayn drin Und Dean Ambrose Das ist wirklich schon der Wahnsinn Zwei Champions Unser Intercontinental Champion Und unser WWE Champion Dazu noch Seth Rollins Und Chris Jericho Also wirklich der Wahnsinn Guckt euch jetzt Zinkara an Der dreht komplett ab Gibt richtig Vollgas Der Tag Team Champion Ja der neue Tag Team Champion Muss man ja sagen Haben ja die Titel geholt Bei Vengeance Gegen Enzo Amore Und Big Colin Cassidy Und die Smackdown Matches Die kennt ihr ja auch schon Erst werden wir wie gesagt Das Tag Team Match bekommen Von Christian und Edge Endlich wieder Edge und Christian Gegen Cesaro Und gegen Tyson Kidd Ja die Sieger Jeweils dann einer ins große Money in the Bank Leiter Match Und einer in das kleine Number One Contender Leiter Match Und natürlich im Main Event Seth Rollins Und seine Open Challenge Sozusagen Er hat ja gesagt Ich stehe nicht nur im Money in the Bank Match Sondern ich will auch Kevin Owens Das Gold abnehmen Und dafür muss er natürlich erstmal ein Match gewinnen Das wird reichlich schwer Einige Superstars haben sich gemeldet Um gegen Rollins anzutreten Ja wer es dann sein wird Werdet ihr dann bei Smackdown sehen Aber wir konzentrieren uns jetzt mal Hier auf dieses Match Bad News Barrett Der Mann sieht heiß aus Und ich glaube Wenn ich jetzt wetten müsste Würde ich heute auf Bad News Barrett tippen Einfach weil ich glaube Der ist heiß Diesem Sin Cara Diesem Sein auf dem Großmaul Heute Abend mal richtig das Maul zu stoppen So muss man es sagen Mit dem Bullhammer Und ich glaube wenn der trifft Dann ist das Maul gestoppt Dann wird Sin Cara auch glaube ich Nicht mehr aufstehen Ja ich wollte wie gesagt mal was anderes haben War eine gute Idee Die Idee wurde mir gegeben Hatte sie auch schon so in etwa Mir überlegt Nicht ganz so Aber die Idee finde ich gut Und deswegen machen wir dieses Match Und dann geht es jetzt auch sofort los Ihr habt es mitbekommen Neue Arena Wir sind jetzt bei Superstars Und nicht mehr bei Main Event Weil das hat einfach nur zu Verwirrung geführt Da hatte ich keine Lust mehr drauf Deswegen jetzt hier Dieses wunderbare Ja WWE Superstars LCW Superstars Nennt ihr es gerne wie ihr wollt Das ist jetzt nicht wichtig Und ich bin mal gespannt Wie gesagt Bad News Barrett wäre jetzt mein Favorit heute Und Bad News Barrett Wird bestimmt auch unter diesem Video Egal was jetzt hier passiert Ob er jetzt hier eine Niederlage einsteckt Oder ob er den Sieg holt Natürlich will Bad News Barrett hier heute gewinnen Wird sich bestimmt nochmal äußern Zum Fall Cena Bin mal gespannt Ob Cena sich auch mal melden wird Und vielleicht auf dieses 6-Mann-Tag-Team-Match eingehen wird Also es steht schon Wir haben ja quasi schon das erste Team Nämlich Sin Cara Zusammen mit Kalisto natürlich Die beiden Tag-Team-Champions Und die beiden unterstützen dann John Cena Da haben wir quasi schon mal die eine Seite Und dann ist natürlich die Frage Bad News Barrett Wen hat der dann an seiner Seite Weil er wird ja nicht alleine antreten Müssen wir dann mal sehen Wen Bad News Barrett sich dann organisiert Für dieses wichtige Match Und klar Der Pay-Per-View steht vor uns Money in the Bank Und John Cena Ich glaube der wird erstmal mit Bad News Barrett Beschäftigt sein Weil es sieht nicht danach aus Dass ich sag mal Cena Zeit hätte Sich um Sami Zayn zu kümmern Zayn steht ja sowieso Im Money in the Bank Leiter Match Und momentan Sieht es so aus Als hätte nicht Ein Superstar zwei Matches Weil das kam bei euch nicht so gut an Bei mir eigentlich auch nicht Ja macht das schon mal gerne So als Ausnahme Wie zum Beispiel Kevin Owens bei Extreme Rules Wie letztes Jahr bei Armageddon Da hatte Sami Zayn So ein Doppelauftritt Aber wenn es geht Vermeide ich das eigentlich So bekommen halt andere Leute mal die Chance Ja und jetzt haben wir hier Dieses 1 gegen 1 Und im Main Event wie gesagt Eine 6-Mann-Battle-Royale Alle von diesen Leuten Wollten unbedingt Ins kleine Money in the Bank Leiter Match Und zur Erklärung Wir hatten ursprünglich geplant Baron Corbin Gegen Sandow antreten zu lassen Das war ja dieses Give Sandow Chance Movement Unterwegs Beziehungsweise Das gibt es immer noch Und ja Er wird antreten gegen Corbin Das war die Ursprungsidee Aber 4 Superstars Haben sich noch dazu gesellt Und so machen wir eine Battle Royale draus Ich fand einfach Es haben sich dann doch noch Welche von euch gemeldet Und ich finde Das soll dann belohnt werden Habt ihr zumindest die Chance Euch mit diesem Quali Match Für das kleine Leiter Match Für den Opener von Money in the Bank Zu qualifizieren Und in dem Match Stehen ja bisher Arch Roof Kane Jack Swagger Ja dann entweder Christian oder Tyson Kidd Das werden wir dann bei Smackdown erfahren Bei Raw werden wir noch ein Quali Match haben Und Ja halt das Battle Royale Match heute Das müsste jetzt stimmen Was ich gesagt habe Bei Raw Das Quali Match wird in den nächsten Wochen kommen Diese Woche jetzt nicht Also nicht die nächste Woche Das wird ein Triple Threat Match werden Zum Stand jetzt Nämlich ein Triple Threat Match Zwischen Ziggler, Breeze und Daniel Bryan Wenn sich Sheamus nochmal meldet Machen wir ein Fatal Forward draus Bei Raw habe ich glaube ich Fatal Forward gesagt Aber Sheamus meld dich nochmal Die anderen habe ich auf jeden Fall gesehen Bryan habe ich gesehen Ziggler habe ich gesehen Breeze sowieso Sheamus schreibt nochmal einen Kommentar Dann machen wir da Fatal Forward draus Sonst lassen wir es Triple Threat Und dann kriegen wir da auch noch einen Teilnehmer Also ich denke mal egal wer gewinnt Wir haben natürlich das kleine Leiter Match Was jetzt ich sag mal nicht so Ich sag mal mit den super 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 Main Event Stars besetzt ist Aber auch Durchaus gute Namen drin Und natürlich Ja zwei Plätze sind noch frei Im anderen Leiter Match Im großen Money in the Bank Leiter Match Da wird ja dann entweder Cesaro oder Edge sein Und dann ist immer noch ein Platz Und hier kommt der Body Slam Ja fast der Ich hätte fast gesagt Death Rally Driver Von Zinkara Eins, zwei Aber Bad News Barrett Kommt nochmal raus Das Publikum Ja die Zina Hater Sind jetzt mittlerweile Auf Bad News Barrett Seite Der hat sich momentan Viele Fans gemacht Mit seiner Aktion Ich sag mal gegen Zina Gegen diesen super Zina Und natürlich gibt es dann noch die Fans Die einfach auf der Seite von Zinkara Und Zina sind Und deswegen heute Abend natürlich Komplett gegen Bad News Barrett sind Aber Barrett der ist einfach so ein Mann Der ist sich da nicht zu schade Der hat auch keinen Schiss Vor John Zina Warum auch Muss er nicht haben Das ist ein Faustkämpfer aus England Ja wenn der zuschlägt Da wächst kein Gras mehr Und jetzt geht es da raus Für Bad News Barrett Na ganz blöde Position Und guckt euch Zinkara an Der pusht sich da selber hoch Und wir wissen genau was kommt Zinkara sieht nochmal in die Seile Nimmt jetzt Anlauf Kommt gesprungen mit dem Topi Und dann befördert er Bad News Barrett Gegen diese Ringabsperrung Er schubst ihn da förmlich gegen Wie ein Torpedo kommt er da angeflogen Ich glaub Topi heißt die Aktion Durchs zweite Seil Ja das war ja wunderbar Aber Bad News Barrett kann reagieren Schickt Zinkara zurück in den Ring Dieser Big Boot hier noch Auf dem Ringrand Bad News Barrett Da hat er genau im richtigen Moment gekontert Und für die Leute die dachten übrigens Ich hätte Sami Zayn gesteuert Ist nicht wahr Und hier ist der Black Hole Slam Jetzt will ich hier nichts verpassen Black Hole Power Slam Und das Cover von Barrett Eins Zwei Ah ne Reicht noch nicht Reicht noch nicht Zinkara kommt raus Aber wie ausgeglichen das Match ist Finde ich ja wunderbar Ein gutes Match Ich finde auch mal solche Matches toll Bad News Barrett gegen Zinkara Kann man machen Auf jeden Fall Ein guter Dropkick gerade von Zinkara Kann er jetzt noch was nachlegen Bad News Barrett klar Nach dem Topi da eben Und dann gegen die Absperrung Das hat er eben auch weh getan Jetzt kann er zurückschlagen Gegen Zinkara Setzt an zur Power Wird's ne Powerbomb Jawoll Ne Sitdown Powerbomb Ne gute Aktion von Bad News Barrett Und ja Versucht Zinkara zu drehen Und zeigt das Kava Eins Zwei Ne Noch nicht ganz Aber das war jetzt schon enger Ja guckt euch Bad News Barrett an Ist das schon Ja ein bisschen fast verzweifelt Weil er sagt Zinkara bleibt doch einfach liegen Dann kann ich dir Die zusätzlichen Schmerzen ersparen Und was Ein Boah Ein Shokeslam Lift quasi Und guckt euch das an Ja der Arm wird schon mal zum Kreisen gebracht Und jetzt soll es Bullhammer geben Und der trifft Eingeschlagen Und habt ihr gesehen Wie Zinkara da in sich zusammenfällt Eins Zwei Drei Das ist der Sieg Für Bad News Barrett Also das war am Ende ja nochmal Eine richtig starke Kombo Von Bad News Barrett Nach dem Topi Erstmal den Ja Blackhold Slam Das hat nicht gereicht Dann diesen Chokehold Lift Power Slam Wo er richtig hoch fliegt Zinkara Klar das ist natürlich gegen Zinkara Eine wunderbare Aktion Hier der Death Rally Driver Können wir uns nochmal ansehen Hier der Big Boot Von Bad News Barrett Als er gekontert hat Was kam jetzt Genau hier ist nochmal die Aktion Hier kommt nochmal diese wahnsinnige Sit Down Powerbomb von Barrett Guckt es euch an Wunderbare Aktion Ja das hatte noch nicht ganz gereicht Aber es sollte ja der Bullhammer folgen Und der hat dann wirklich Hier kommt nochmal dieser Choke Slam quasi Dieser Full Nelson in diese Choke Stamp Power Stamp Kombination Und dann hier Ohne großen Ansatz Er kündigt es an Und dann Zack Genau da Und guckt euch wieder an Wie der zusammenfällt Wie ein Hochhaus Was zur Sprengung gebracht wurde Eins Zwei Drei Bad News Barrett Also mit dem Sieg Über Zinkara Ja bin ich mal gespannt Was Sinkara schreiben wird Er hat ja quasi sich eingemischt In dieses Ja in diese Rivalität Zwischen John Cena Und Bad News Barrett Mit Kalisto zusammen Ja der Tag Team Champion Verliert hier gegen Bad News Barrett Ja Bad News Barrett Kann sich feiern lassen Natürlich Bad News Für Sinkara Ja Sina wird das gar nicht gefallen Was er hier sieht Wie gesagt Nächste Woche bei Raw 6 Mann Tag Team Match Sinkara Kalisto Die Tag Team Champions Zusammen mit John Cena Dem ehemaligen Intercontinental Champion Gegen Bad News Barrett Und dessen Tag Team Also auf jeden Fall Kommentare lesen Bin mir sicher Dass Bad News Barrett Oder Sina Oder Sinkara Oder Kalisto Was schreiben werden Und dann kommen wir jetzt Zum Main Event Und zur 6 Man Battle Royal Ich hoffe ich hab jetzt hier Ein Bild Eich gefügt Zwei Superstars Kennt er ja Nämlich Baron Corbin Und Damien Sandow Die beiden sind safe In dem Match drin gewesen Das muss ich ja keinem erzählen Aber vier andere Haben sich noch hinzu Gesellt quasi In dieses Match Ist ein ganz normales 6 Mann Over the Top Robe Match Also kein Elimination Das gibt's ja alles nicht mehr Und da kommt der Mann Der bei Smackdown Ja sein Debüt gefeiert hat Da kommt The Lone Wolf Da kommt Baron Corbin Ja zusammen mit Demiss Hat's nicht geklappt Hat sich direkt quasi wieder Von Demiss gelöst Aber so ist das halt In der LCW Man kann ja mal was ausprobieren Wenn man merkt Es klappt nicht Musst du halt wieder Getrennte Wege gehen Und jetzt versucht er es hier alleine Natürlich heute Abend Ein Sieg Und dann steht er Im kleinen Money In the Bank Match Und das würde ihm ja quasi Direkt das Titelmatch sichern Ja und ich fände es halt schön Egal ob ihr jetzt hier Ihr 6 Superstars Die jetzt hier in diesem Match sind Egal ob ihr gewinnt Oder verliert Schreibt mal einen Kommentar Weil ihr wisst Nur weil man jetzt Ein Match verliert Ist man ja in der LCW Noch lange nicht Auf dem Abstellgleis Deswegen ruhig weiter Was schreiben Und dann Kommen die Matches Von selber Fragt mal Leute Wie R-Truth Mistau Also Sandau So Leute die eigentlich In anderen Ich sag mal In der WWE Überhaupt keine Chance hätten Mal irgendwelche relevanten Matches zu haben Guckt euch Free&B an Bei uns Zum Beispiel Auch wenn sie jetzt Gegen die Wyatt Family Verloren haben Mal eh mal ein Stück trinken Ja Baron Corbin Der Mann ist überzeugt von sich Klar Sein zweites Match Ich sag mal Ist jetzt kein Must win Weil 6 Superstars Sind halt 6 Superstars 5 Gegner Die man da hat Und die kann Für keinen Den wir haben Einfach mal so ein Frühstück sein Das ist für jeden Eine richtig ordentliche Aufgabe Und da kommt Da kommt Give Sandow A Chance Ich sag bewusst Sandow Ich kann ihn leider nicht umbenennen Ihr wisst das ja Wie es im Spiel ist Da kommt er Damien Sandow An der Stelle Könnte man fast applaudieren Ihr habt ihn In dieses Match Reingebracht Ja aktiv In den Kommentaren Ich hoffe das bleibt auch so Und bekommt jetzt hier die Chance Give Sandow A Chance Und hier bekommt er jetzt Eine Chance Ja bin mal gespannt Ob er sich nutzen kann Ja ich würde es auf jeden Fall So muss ich sagen In dem Match Jetzt Alle 6 Ich könnte es jedem Jeder von euch Hat aktiv was in die Kommentare geschrieben Baron Corbin Weiß ich gar nicht Würde mich freuen Mit Baron Corbin Haben wir den vergeben Ich glaube schon Ach ja habe ich ja eben gesagt Lone Wolf Klar Tyler Breeze Sorry 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 Derjenige weiß Dass ich genau weiß wer ist Und da ist der dritte Teilnehmer Und das ist Eine LCW Legende Das ist Gold Ast Ja dujenige der Ich glaube Leon Schobrock Sage ich jetzt Ist dein Name Kurz zur Erklärung Wir hatten damals Einen User Vor dir Der hatte Gold Ast Gab ich schon Relativ lange Und er hat es immer wieder Fertig gemacht Gold Ast Mit A zu schreiben Also Gold Ast Quasi Ich weiß Du bist nicht so Finde das auch schön Wie aktiv du bist Bleib ruhig so am Ball Lieber Leon Und ja Deswegen bist du hier In dem Match drin Du hast einen schönen Kommentar Geschrieben Ich hoffe so bleibt das Also Gold Ast Der dritte Teilnehmer Ich bin ja durchaus ein Fan Von Gold Ast Muss ich ja sagen In der WWE Ich fand den mit Cody Zum Beispiel immer cool Auch die Fähne mit Star Das fand ich eigentlich ganz cool Nur leider haben sie das ja Wer das nicht kennt Müsst ihr euch mal angucken Das Match damals bei Fastlane Gold Ast gegen Stardust Das ist einfach mit dem größten Botch Überhaupt geendet Das war der größte Fail Den sie hingekriegt haben Ja und der Bizarre One Kommt hier zum Ring Und ist der dritte Teilnehmer Ja Gold Ast ist ja schon Ich glaube 13 Mal im Rumble gewesen Oder 11 Mal 11 Mal im Royal Rumble Also eine Battle Royale Wie die funktioniert Weiß der Aber natürlich 6 Superstars 5 Gegner Die steckt keiner weg Auch ein Brock Lesnar Oder was weiß ich Ein The Rock Ein John Cena Würden hier nicht einfach Die 5 Gegner wegfrühstücken Und dann ist jetzt natürlich Die Frage Wer der 4. Teilnehmer ist Und das ist Der Broski Das ist Zack Ryder Auch ein Kommentar geschrieben Und deswegen in diesem Match Klar Ist jetzt keine große Überraschung dabei Aber ich sag mal So ein bisschen So vorher euch nicht sagen Wer es ist Das erhöht ja doch Ein bisschen die Spannung Ja genau dasselbe wie bei Gold Da ist auch ein Kommentar geschrieben Hat mir gut gefallen Immer schön am Ball bleiben Zack Ryder Dann kriegst du auch Weiterhin deine Matches Ja klar Das Publikum Die sind natürlich ein Fan von Zack Ryder Muss ich ja nicht sagen Ehemaliger US Champion Tag Team Champion Television Champion Also US Champion Bin ich mir gerade nicht sicher Aber er war der Television Champion Damals Und damals war er ja auch Tag Team Champion Mit John Cena Wer sich noch erinnern kann Alles gewesen mal Ich finde das immer schön So ein bisschen In der Vergangenheit zu gucken Und da kommt jetzt Neville Der Mann Den die Gravitation vergessen hat Ja auch nicht so oft In Action bei uns Aber auch er Hat mich privat bei Skype Angeschrieben Hat gefragt Hast du was vor Können wir was machen Und für Leute die sich so einbringen Gibt es einfach die Matches Und deswegen kriegt Neville hier Die Chance In diesem Ja Qualifikations Match Natürlich muss man das Match Erstmal gewinnen Das ist vollkommen klar Aber er kriegt zumindest Die Chance von mir Hat er sich verdient Und deswegen Ja viel Glück an alle Muss ich ja sagen Aber wir sind ja noch Nicht am Ende Ein Superstar fehlt ja noch Und jetzt überlegen Vielleicht die ersten Wer könnte das denn sein Ja Neville Natürlich auch bei den Fans Richtig angesagt Ja Neville Der muss eigentlich Die Chance einfach nur nutzen Wenn er heute gewinnt Ist es ja schon für ihn Richtig gut gelaufen Und die Musik Kennt jeder Fan der LCW Hier kommt Mark Henry Hier kommt der Rekordchampion Von LCW Der längste Champion Der längste World Champion Aller Zeiten in der LCW Viele werden sich jetzt wundern Hey Mark Henry ist doch bei Raw Das ist total egal Wir haben hier ein Quali Match Es geht schließlich um Eigentlich sag mal Rawstar übergreifendes Match Und da sonst zu viele Superstars Von Smackdown Die Chance hätten Und so hat wenigstens Mark Henry die Chance Aber er gewinnt Ist eine andere Sache Mark Henry Kommt zum Ring Ihr müsst wissen Ich bin sogar ein Fan von Henry Viele werden jetzt wieder sagen Wie kann man von diesen Leuten Fan sein Genau wie von Big Show Bin ich ja ein Fan Ihr wisst es ja Ich mag die einfach Mark Henry Klar macht er nicht die Top Matches Aber ich finde den einfach Jetzt nicht schlecht Ich finde den Entertainment mäßig Ganz cool Man muss nur das Richtige aus ihm machen Und jetzt ist der Rekordchampion der LCW Er ist einfach eine Legende Von LCW Da kann mir jetzt jeder sagen Was er will In der LCW Ist Mark Henry Definitiv eine Legende Und dann haben wir jetzt Alle sechs Mann Im Ring Und dann wird es jetzt interessant Ich tippe jetzt einfach Und ich setze jetzt einfach Mein ganzes Geld Auf unseren LCW Rekordchampion Auf Ich sag mal Den Überraschungsgegner Auf Mark Henry Und guckt euch Henry an Packt sich direkt Zack Ryder Und versucht den da jetzt Aus dem Ring zu stoßen Das wäre natürlich Ein Auftakt nach Maas Und Sandow Macht direkt mal mit Und Golders auch Drei gegen einen Und da ist Zack Ryder raus Was ist das denn Für eine Elimination Da arbeiten sie Alle drei zusammen Und Zack Ryder Ist glaube ich Keine zehn Sekunden In dem Match Und ist raus Ich glaube das ist Ein neuer Rekord Also geil Dass das jetzt hier so passiert Also natürlich nicht geil Für Zack Ryder Ich hätte es ihm so gegönnt Und dann wird er hier Nach wie viel Sekunden Ich kann jetzt nicht Zurückspulen Gerade in der Aufnahme Aber ihr könnt ja unter dem Video Mal gucken Nach ich sag mal Zehn Sekunden Von Sandow Golders glaube ich Und von Mark Henry Eliminiert Und da waren es nur noch fünf Da waren es nur noch fünf Wunderbare Geschichten Die hier diese Battle Royale Jetzt schon schreibt Und guckt euch Da ist jetzt ein Mark Henry Mit Baron Corbin beschäftigt Das ist natürlich mal Ein Größenverhältnis Baron Corbin natürlich Ein ganzes Stück größer Mark Henry aber natürlich Von der Masse Dann doch noch gewaltiger Das ist ja wunderbar Das ist ja wirklich wunderbar Also zehn Sekunden Oder wie viel das war Und jetzt sind sie alle dabei Und guckt euch das an Aber Baron Corbin Kann sich wehren Ich dachte Jetzt wäre vielleicht Corbin Der nächste Der rausfliegt Weil Neville und Sander Da direkt an ihm gearbeitet haben Und guckt euch Golders an Der hat so ein bisschen Die Erfahrung Da sag ich es Da greift da nicht Ich wollte gerade sagen Er hält sich so ein bisschen raus Versucht jetzt tatsächlich Da Mark Henry rauszuwerfen Alleine Kann er es wirklich schaffen Das wäre natürlich der Wahnsinn Wenn Golders jetzt hier Mark Henry raushüpft Aber der duckt sich ab Und kommt zurück in den Ring Ja jetzt hat Mark Henry Wieder Golderst Und wirft ihn da übers Seil Golders hält sich fest Dahinten ist jetzt Neville In höchster Not Kann aber auch zurück In den Ring kommen Ich mag Battle Royales Ich bin schon Ich freue mich ja riesig Auf den Royal Rumble Wäre ja mal geil Wenn wir es mal hinkriegen würden Bisher hatten wir ja nur einen Rumble Wer sich noch erinnern kann WWE 13 Und das war ja damals Dorf Segler Der Sieger Na 5 Superstars Da ist jetzt in der letzten Zeit Keiner rausgeflogen Also wirklich Ryder Wirklich der Rekord In der LCW glaube ich Mit der kürzesten Ja Verbleib Verbleibzeit Verbleibdauer In einer Battle Royale Oder im Royal Rumble Match Zusammen Golders ihr seht Das ist echt gut gemacht Golders hält sich da Immer wieder raus Geht nicht ins Getümmel rein Vor allem stellt er sich nicht zwischen Mark Henry und Corbin Versucht jetzt aber auf ihn los zu gehen Ja das war jetzt nicht so gut Jetzt kassiert er nicht von Corbin Und von Henry Aber Corbin Mit dem DDT Und guckt euch Neville und Sandow an Die tragen da ihr Privatmatch aus Ihre Privatfäde Und was ein Close Habt ihr das gerade gesehen Gegen Mark Henry Von Baron Corbin Und was ein Backbreaker von Sandow Habt ihr das gerade gesehen Gegen Golders Und da hinten ist jetzt Mark Henry In größter Not Corbin versucht da mit dem Fuß Mark Henry Aus dem Ring zu treten Ging ja vorher über das oberste Saal Aber Henry kommt zurück Und jetzt ist Sandow wieder dran Ja Give Sandow a Chance Jetzt muss er die Chance Muss er natürlich auch nutzen Aber auch Golders Der kann sich da wehren Weiß natürlich wie er Na Elimination ja entgegen gehen kann Und die verhindern kann Und immer noch 5 Superstars Jetzt so gerade Will sich keiner aus dem Ring verabschieden Und jetzt ist Sandow da Wieder in höchster Notlage Kann sich aber auch wehren Macht quasi das was Golders Eine Minute vorher gemacht hat Gegen ihn Aber Golders Schön Zuplex Natürlich erstmal den Gegner Ein bisschen fertig machen Ein bisschen schwächen Und dann übers Seil werfen Ist viel einfacher Und ich finde das Duell ja gerade super Mark Henry Gegen Barrick Corbin Und ich dachte da sollte Der World's Strongest Slam kommen Aber es war nur ein hammerharter Backbreaker Also nur in Anführungsstrichen Und wenn Mark Henry das macht Ja Kann es auch schon mal mit deiner Wirbelsäule Das gewesen sein Da hast du Schmerzen die nächsten paar Tage Aber Corbin konnte sich da jetzt so gerade noch festhalten Und guckt euch Golders an Guckt euch Golders an Und was ein schöner Front zuplex Mark Henry Der versucht jetzt dasselbe Versucht jetzt Baron Corbin aus dem Ring zu treten Schafft es da aber nicht so wirklich Nee Baron Corbin kommt zurück in den Ring Ja ich sag ja irgendwie Sandoe eliminiert also Da Neville aber da hat Golders ihn direkt über das Seil geworfen Quasi direkt hinterher Und versucht jetzt Sandoe rauszuwerfen Also Golders auch mit einer guten Performance bisher Aber Sandoe kann sich wehren und fast eine Powerbomb hier unten am Wildrand Gegen Baron Corbin von Mark Henry Und der packt sich da jetzt Golders Konter von Golders DDT von Golders Was ein tolles Match Also gefällt mir richtig gut irgendwie Ich weiß nicht wieso Ihr feiert vielleicht nicht so Aber mir gefällt das Match irgendwie Viele verschiedene Moose Coole Geschichten die hier so passieren Back zuplex gegen Sandoe Mal guckt euch Henry an Der ist jetzt auch schon ordentlich angeschlagen Kann gerade nicht so ganz einschätzen Wem es am besten geht Ich würde fast sagen Golders Aber es kann auch täuschen Wenn Golders jetzt der nächste ist Der rausfliegt Da werdet ihr sagen Ja hast du dich wohl geirrt Aber mal abwarten Sandoe Oh Sandoe Versucht jetzt da hinten Baron Corbin zu eliminieren Das Match was es ja ursprünglich 1 gegen 1 geben sollte Das passt ja auch wieder wunderbar Schafft er das jetzt da hinten Wirklich Baron Corbin zu eliminieren Das wäre natürlich der Wahnsinn Aber Baron Corbin kontert auch Also die 4 Jungs hier Die haben jetzt auch schon richtig oft Ihre eigene Elimination verhindert Oh jetzt ist Sandoe wieder da Ganz 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 mies dran Dasselbe gilt für Henry Aber der kann sich da wehren Gegen Golders Baron Corbin versucht da mit seiner Masse Mit seiner Größe Mit seiner Kraft Irgendwie Sandoe aus dem Ring zu treten Der hält sich da aber fest Ja und kann zurück in den Ring kommen Also schön Dass die Battle Royale Hier nicht so schnell vorbei ist Sondern wirklich Hier diese 4 Superstars Sich richtig festsetzen Neville konnte es nicht schaffen Zack Ryder natürlich Mit dem absoluten Minusrekord Ja Golders versucht es immer wieder Aber schafft es da nicht wirklich Ja wir gucken mal auf Corbin T-Bone Suplex Schön gemacht Gegen Sandoe Und jetzt versucht Henry es wieder Gegen Golders Mein Favorit ist also noch drin Mark Henry Der Rekord Champion Klar der will irgendwie wieder an Gold kommen Das habe ich schon mal erklärt Und wieder Golders mit dem Konter Und guckt euch Baron Corbin an Schöner Ja fast Sitdown Suplex nach vorne Und guckt euch Golders an Ein Neckbreaker Dieser Art Gegen Mark Henry Das können nicht viele Überwurf finden Gegen Corbin Jetzt geht es drunter und drüber In dem Match Ja ich hoffe diese LCW Superstars Ausgabe Gefällt euch Also mir hat sie bisher Sehr viel Spaß gemacht Ich habe momentan generell Wieder so viel Laune aufzunehmen Bis man in den Bank Und so Und was da wieder alles geplant ist Und so weiter Und so fort Da habe ich richtig Bock drauf Richtig Laune Und da hinten ist jetzt wieder Baron Corbin Am absteigenden Ast Kann Sandoe es wirklich schaffen Wäre jetzt quasi schon Die dritte Elimination Insgesamt für Sandoe Aber sie schaffen es nicht so wirklich Keiner von den vier Jungs Den Gegner da aus dem Ring Rauszutreten mit dem Fuß Also bisher nur Elimination Nach Ja Wurf übers oberste Seil Back Suplex Gegen Golders Aber guckt euch Mark Henry an Der kann auch nicht mehr Der ist auch schon richtig Richtig fertig Ja Sandoe Oh der kann sich so gerade noch festhalten Ich dachte da fliegt da vielleicht Jetzt aus dem Ring Klar wenn so ein Baron Corbin Einen mit Schwung Richtung Seil beschleunigt Das will keiner Glaubt mal Das will wirklich keiner Da kannst du froh sein Wenn du dich so gerade noch festhalten kannst Und guckt euch Golders an DDT gegen Mark Henry Und Damien Sandoe ist raus Damien Sandoe fliegt hinten aus dem Ring Und Baron Corbin macht direkt weiter Mit dem Snap Suplex Gegen Golders Und jetzt sind alle drei im Ring Richtig richtig angeschlagen Schade für Sandoe Ja Gift Sandoe und Chance Ist quasi geschlagen Muss man so sagen Und jetzt Jetzt bin ich wirklich gespannt Wer dieses Match hier gewinnt Wer qualifiziert sich Für das kleine Money in the Bank Leiter Match Wo es ja darum geht Der Sieger dieses kleinen Leiter Matches Ich sage immer klein Bekommt direkt ein Titel Match Wann er will Gegen den Midcard Champion seiner Show Also wirklich interessant Für Golders Und für Baron Corbin Wär es ja quasi Der United States Champion Kevin Owens Und für Mark Henry Wär es momentan Sami Zayn Upala Guckt euch das an Mark Henry soll da rausgeworfen werden Aber kann sich da wehren Klar Mark Henry Auch schon einige Jahre dabei Natürlich nicht so lang glaube ich Wie Golders Aber auch schon sehr sehr lang Backbreaker gegen Golders Ich weiß gerade nicht Wer dieses Match gewinnen soll Ich weiß auch noch nicht so sicher Wer hier die letzten beiden Im Ring sein werden Die quasi die finale Schlacht austragen werden Weil jetzt gerade Typische Wrestling Aktion Jetzt wird sich gegenseitig abgefertigt Ist die Frage Wer kann ich sag mal Den richtigen Moment nutzen Den Lucky Punch so ein bisschen Vielleicht auch Stellt euch vor Mark Henry würde vielleicht versuchen Golders zu eliminieren Und dann kommt Baron Corbin Und räumt beide aus dem Weg Und dann wieder dieser Harte Backbreaker von Mark Henry Sieht im ersten Moment Immer nach World's Strongest Slam aus Und das Video nähert sich Schon wieder der halben Stunde Das gefällt euch ja eigentlich immer gut Ah Golders Versucht Mark Henry Aus dem Ring zu schleudern Aber der kontert Und jetzt in der Ring Mark Henry Versucht da irgendwie Golders rauszuheben Aber der Ellbogenstoß Der Konter Ah Baron Corbin geht jetzt dazwischen Der hat jetzt genug glaube ich Von Mark Henry Der denkt sich Jetzt reicht es auch mal Und jetzt soll Mark Henry Aus dem Match raus Ellbogenstöße Drei Stück Gegen Mark Henry Aber cool Wie lange dieses Match dauert Und jetzt wieder Dieser Neckbreaker Dieser Inverted Neckbreaker Von Golders Und diesmal gegen Baron Corbin Also Golders Wirklich mit einer starken Performance Ja ist ein ganz anderer Golders Als der Golders Der letzten Zeit Der letzten Jahre Der letzten Monate Jetzt ist natürlich die Frage Wer fliegt als nächstes raus Ich habe am Anfang Auf Mark Henry gesetzt Aber so langsam Habe ich immer noch das Gefühl Dass es dann doch irgendwie Golders wird Ich weiß nicht wieso Aber Golders Scheint sich echt was überlegt zu haben Vielleicht auch mit seiner Erfahrung Hat er sich hingesetzt und überlegt Was habe ich in anderen Battle Royals Er hat ja schon zig Battle Royals und Royal Rumbles In seiner Karriere mitgemacht Was habe ich da vielleicht falsch gemacht Was muss ich mir merken Weil natürlich Neville Ryder Sandow Sind jetzt alles Jungs Die noch nicht so lange dabei sind Baron Corbin Dasselbe Mark Henry natürlich ein anderes Kaliber Der ist auch schon ordentlich lang dabei Und springt da jetzt Baron Corbin ins Kreuz Also Ekelhaftes Gefühl Wenn man dran denkt Dass dieser Mark Henry Mit seinem kompletten Gewicht Ein und da ins Kreuz hinten rein springt Ah Kann jetzt vielleicht Golders Es schaffen Baron Corbin rauszuwerfen Ne geht nur ins Seil Und guckt euch Mark Henry an Hebt jetzt da Baron Corbin hochzunehmen A Torture Rack Er hat in dem Torture Rack Aber Submission Bringt hier gar nichts Und dann zeigt er Diesen Neckbreaker Das war wieder eine starke Aktion Ja also ich weiß echt nicht mehr Wie dieses Mensch jetzt zu Ende kommen soll Keiner der drei schafft es mal einen anderen Aus der überhaupt über das Seil zu werfen Weil alle drei so verbissen sind Guckt euch Baron Corbin an Braucht eine Pause Was ist denn mit dem los Baron braucht eine Pause Wahnsinn Wir sind hier in der Battle Royale Und der braucht eine Pause Und da geht er dazwischen Habt ihr es gesehen Mark Henry Wollte Golders aus dem Ring befördern Aber Baron Corbin geht dazwischen Und zeigt diesen Set Down Suplex Gegen Mark Henry Den überhaupt hochzukriegen Ist ja schon eine Leistung Ah jetzt wieder Powerbomb Ansatz Schön Von Baron Corbin Und guckt euch Mark Henry an Der hat richtig Probleme Habe ich vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt So sagt man das glaube ich Aber wie soll das Match enden Keiner dieser drei schafft es gerade auch nur irgendwie Eine Ja nicht mal eine Nearfall Nearfall hinzukriegen Mark Henry Ach und guckt euch das an Guckt euch das an Wie ein Hall of Famer Diese Jahrhunder Aktion Ich weiß gar nicht wie die heißt die Aktion Die Aktion gab es glaube ich schon bei Smackdown vs. Raw 2006 Da gab es diesen Ich sag jetzt Junkyard Dog So hieß der glaube ich Der hat diese Aktion schon gezeigt Und schön Was war das denn Eine Art Edge-O-Matic fast Corbin-Matic kann man sagen Baron-Matic Gegen Mark Henry Also das Publikum Da ist auch schon ganz verwundert Weil die denken sich Ihr wisst das Das ist eine Battle Royale Ihr müsst eure Gegner Übers oberste Seil werfen Beide Füße müssen den Hallenboden berühren Und das ist hier kein Triple Threat Match Aber die drei Die kämpfen sich das hier Richtig schön aus im Ring Die sagen sich Unsere Matchzeit Wir machen das hier jetzt richtig Mich soll es nicht stören Ist ja nur wieder ein langes Video Ich hoffe das stört dann keinen Aber ich hoffe das Ich denke mal Das wird es auch keinen stören Aber jetzt Mark Henry Muss da aufpassen Dropkick Und da kann er sich festhalten Da kann er sich festhalten Ich dachte Das wäre es gewesen Baron Corbin Mit einem Dropkick Gegen Mark Henry Und der kann sich da so Gerade noch im Absturz Festhalten Und guckt euch das an Goldust und Baron Corbin Wollen eine Pause Das ist ja wohl nicht deren Ernst Wo sind wir hier Wir sind ja hier nicht bei TNA Sondern schon bei LCW Eine Pause Ich glaube es Wie soll das Match enden Die Fans sind schon ganz ungeduldig Wollen jetzt wissen Wer ihrer Stars Hier dieses Match gewinnt Und wer ins Money in the Bank Match kommt Goldust da gerade wieder Mit diesem Neckbreaker Also Goldust Wo der hier heute Die Aktionen herholt Legendär Also Goldust Heute eine tolle Performance Auch wenn er vielleicht nicht gewinnt Weiß man ja nicht Vielleicht holt er die Kirsche Vielleicht nicht Aber super Match Kann man jetzt nicht anders sagen Also zu sagen Goldust Hat schlecht gekämpft Wäre jetzt ein Lacher Das ist einfach nicht wahr So jetzt soll es dann doch Zur Elimination kommen Mark Henry Befördert da Goldust übers Seil Aber da kommt wieder Baron Corbin Und geht dazwischen Und befördert Mark Henry übers Seil Also irgendwie Müssen die Jungs Sich jetzt was überlegen Und Baron Corbin Versucht es jetzt Mit aller Kraft Gegen Mark Henry Und Mark Henry ist draußen Mark Henry ist draußen Und das ärgert ihn Und guckt euch Goldust an Der hat sofort reagiert Und Baron Corbin aus dem Ring geworfen Aber Baron Corbin kontert Und bringt da Ja diesen Schulterblock quasi Und kann so Wieder in den Ring kommen Aber Goldust Bleibt am Ball Das wäre der größte Sieg von Goldust In seiner LZW Karriere glaube ich Das wäre seine Chance Ja sich ein Titelmatch zu sichern Und seinen Platz im Money in the Bank Und jetzt versucht das Ohne Ende Aber wieder Baron Corbin Wieder mit diesem Schulterstoß Gegen Goldust Goldust schafft es da einfach nicht Baron Corbin aus dem Ring zu werfen Ich dachte das wäre es vielleicht Aber hält sich da so gerade noch Fest Und jetzt muss Goldust Alles in seine Beine legen Und irgendwie Baron Corbin Aus dem Ring stoßen Kann er das schaffen Baron Corbin Klammert sich da ganz verzweifelt Ans untere Ringseil Klar der will hier nicht rausfliegen Das wäre natürlich Der Moment für Baron Corbin Wenn er nach der Niederlage Im Debüt Jetzt hier die Chance nutzen könnte Und tatsächlich Die Battle Royale Gewinnen könnte Das wäre wirklich stark Und Goldust versucht es weiter Und er drückt mit allem Was er hat Auf den Oberkörper Von Corbin Und nein der ist auch nicht draußen Ich dachte wieder Corbin ist draußen Aber Corbin kommt zurück In den Ring Und jetzt Corbin Jetzt wirft er Goldust raus Der ist auch noch nicht draußen Bleibt da auch hängen Und jetzt kommt wieder Die Aktion mit den Füßen Versucht jetzt seinerseits Goldust aus dem Ring Rauszutreten Wortwörtlich Kann er das schaffen Und sich hier vielleicht Das Ding hole Das sieht ganz schlecht aus Für Goldust Guckt euch Goldust an Der hängt da nur noch Mit einer Hand Und der Fuß ist schon Fast am Boden Und was ist das denn Guckt euch Baron Corbin Der feiert sich schon Der feiert sich schon Und hat gar nicht gemerkt Dass Goldust Gar nicht aus dem Match ist Also wow Wow Oh was eine Wendung im Match Und jetzt ist Corbin auch nicht draußen Ich dachte das ist es Was ist das denn für ein Finish Corbin feiert sich schon Ist schon richtig am taunten Am feiern Richtig mit seinen Gesten Und dann kommt Goldust Und eliminiert ihn fast Also wow Das ist mal eine Battle Royale 36 Minuten haben wir jetzt erreicht Und das Publikum natürlich Die bekommen hier wirklich Ein tolles Match geliefert So muss das auch Gefällt mir sehr sehr gut Und jetzt Baron Corbin Der hat jetzt Goldust Da wo er ihn haben will Wirft ihn über Seil Goldust kann sich da Natürlich nochmal festhalten Das sieht jetzt schlecht aus Aber wieder Konter von Goldust Also egal wer dieses Match hier gewinnt Beide wollen sie einfach Nicht aufgeben Und beide wollen unbedingt Bei Money in the Bank Auf die Matchcard Und natürlich im Opener stehen Wenn es dann Um das Titelmatch geht Och das war wieder knapp Und jetzt Goldust Kann das schaffen Guckt euch an wie Corbin da hängt Das sieht ganz schlecht aus Für Baron Corbin Das sieht verdammt schlecht aus Gewinnt jetzt Goldust Mit seiner überragenden Und vor allem überwältigenden Erfahrung Und er gewinnt Und Goldust ist tatsächlich Der Sieger dieser Battle Royale Also Goldust glaube ich Mit dem größten Sieg Seiner LCW Karriere Hier nochmal die Entscheidung Da ist Corbin schon fast weg Ja da hat er sich an einer Stelle Zu früh gefeiert Ihr habt es genau gesehen Und am Ende Goldust tatsächlich mit dem Sieg Der Bizarre One hier Da hängt Baron Corbin schon Nur noch mit einer Hand Der eine Fuß Ist schon fast auf dem Hallenboden Und da ist es dann vorbei So kann es gehen Goldust steht also Als nächster Teilnehmer Im Ja Money in the Bank Ja Number One Contender Match Nennen wir es mal Ja wunderbar Goldust also mit einem Pay-Per-View Auftritt Das dürfte fast der erste Pay-Per-View Auftritt Für Goldust in der LCW sein Das wird bestimmt einige wundern Dass Goldust gewonnen hat Herzlichen Glückwunsch an Leon An dieser Stelle Ja schreibt doch mal Einen schönen Text Du bist im Match Wenn es um das Titelmatch geht Also Opener Von Money in the Bank Goldust hat es also schon geschafft Die anderen 5 leider nicht Aber eure Chance Wird bestimmt irgendwann wieder kommen Das war jetzt wieder Ein langes Video Ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns bei Smackdown Wenn Edge zurückkommt Und Seth Rollins Gegen einen Mystery Opponent antritt Wir sehen uns Bis dahin Hell Yeah Updanger 2 5 3 5 7 8 10 10